Hallo, Willkommen zurück! Ich bin Mario Marius Sting im Spiel Letztes Mal habt ihr gesehen, der hat uns abgestürzt. Ihr habt es nicht gesehen, aber mir stand Dolph & Exit.2 nicht mehr. Hat sie aufgehängt, der hat uns abgestürzt, also muss sie auch mal neu machen. Jetzt sind wir Mario Sting im Spiel, muss noch mal neu anfangen. Aber wir hatten ja erst, wir waren gleich mit 43, also haben wir erst eine Minute 20 oder so. Also wir waren gut, wir haben gut etwas für den Looters gespielt. Also es ist nicht schlimm. Da haben wir nicht, wir fangen an. Ja, weil ich stehe neben dem, ja, weil Google Plus kommt, genau. Also Google hat dann, hat gesehen, ja, viele sind angewendet Google Plus, aber keinen Nutzt, das wirklich, ja. Weil Google gesagt, ja, gut, keinen Nutzt, dann zwingen wir sie einfach Google Plus zu nutzen. Wird bekannt geben, dass, dass alle Nachrichten von YouTube werden in Google, werden nicht mehr in den Posten auf YouTube angezeigt, sondern werden ab sofort in Google Plus angezeigt. Ja, und dadurch müssen, müssen die User sie mit Google Plus verknüpfen, damit sie ihre Nachrichten lesen können. Und das Allerschlimmste, was ich dann scheiße finde, sie müssen sie mit Google Plus verknüpfen, damit sie, äh, Kommentare posten können. Ja? Es ist ja wohl der Oberhammer. ich habe da wieder ein Leck, wie ihr seht, das hängt. So Nummer eins, ich meine, ich bin mit Google Plus verknüpft, ja, aber ich nutze eigentlich nicht. Ich gehe da, also ich, man hat ja nebenbei so eine, so eine Glocke, und diese, wer ist drin? Scheiße, der ist drin, Leute. Und diese Glocke, wenn du den benannt hast, diese Glocke ist dabei. Also, wenn du eine Nachrichtung hast, oder mehrere, ist die Glocke grau, und da steht eine Zahl drin. Eins, oder zwei, oder drei, dann sieht man wieviel, wann man Nachrichten bekommen hat, oder so. Und diese Glocke zeigt auch noch, wann man es bekommen hat. Und das zunächst muss ich mit Google Plus verknüpfen, ja? Wenn man mit Google Plus nicht verknüpft ist, kann man seine Nachrichten mit abrufen, und man kann seine Kommentare posten. Ja. Und ich bin mit Google Plus einfach verknüpft. Ich gehe aber so nicht rein. Ich gehe nur rein, wenn ich Nachrichten habe, oder, oder, sonst, aber sonst gehe ich nicht rein. Ich sehe das aber nicht. Nachrichten habe. Oh, Boos ist da. Scheiße, Boos ist da. Zu meinem Nachteil natürlich. Jetzt fällt es, ist gekippt nach links. Ich hoffe, Boos ist gleich nochmal. Und, äh, mach das Fernsehen nochmal. mach das Fernsehen nochmal. Jetzt zum Beispiel, ja. Jetzt ist das Fernsehen nach rechts gekippt. Oh shit. Und ihr seht das, der Ball wird immer wieder, nach rechts runter. Drin! Er ist drin! Jawoll! Wieder ein Tor mehr! 4 zu 2 Leute, 4 zu 2. vorbei. Also das war zu zweit der Superschuss. Im Pokalspiel, der reinging! All von Richie letztes Spiel und dann von Mario. Das hätte ich mir eigentlich denken, dass das passiert Scheiße da war ich zu weit am Tor da war ich zu weit am Tor ist die 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 wie und und so konzentriert dann wollen ich werde schon wieder die Spiele einfach Prozent beenden also verlassen weil sie haben aber mach ich nicht hier wäre es ja nicht schlimmer aber ich ich bin der Mann mit dem Mann weggeschossen ich habe den Ball doch aus dem Torband geschossen ja und haben leider wieder zurück geschossen hä ich hab mal einen Spieler weggespringen ich hab mal einen Spieler weggespringen keine Sache scheiße Leute scheiße es ist nicht ne wir haben noch einen oh oh wir müssen den Mann vor schießen schüttelte es sind fünf zu drei Lüttemberg von meinem Komfort ankommen passen und das ist klar fahrt doch nehmt ihn den Ball ab und wumm jawohl und wumm das gibt es nicht das kann es nicht sein komm scheiße war ein Versuch wert war ein Versuch wert aber wir müssen nur noch Zeit ausholen wir müssen nur noch Zeit ausholen dann ist alles ok wir müssen Zeit aus nehmt den Ball Halt! Halt den Ball! Nein! Es steht 5 zu 4 Leute! Es steht 5 zu 4 und wir haben noch den ganzen zu spielen scheiße Leute ich brauch ein Tor das ist der dumm die stehen rum und machen nix das ist das 7 zu 4 7 zu 4 das ist wieder ein bisschen besser oh Gott sei Dank Leute jetzt 7 zu 4 Gott sei Dank Leute er ist zu die er ist das ist das ist das ist das ist Ich höre nicht genau, oh man jetzt, lass doch mal den Ball, du, ist mein Ball, ja Gott, ja Gott, ja Gott, ich freu er sein, ja gut. Soll ich ein Tor, ja, ganzностlos, dieses ist mein Technik vom TUN, von Faust zu demophyltemanns, von ganzen Los, unser oder Presse – Team, ist mein Ohr, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß, das kann ich nicht, ich bin der Premier von passen 4 3 2 1 das spiel ist aus das spiel ist ich habe sie so viel gewonnen das spiel ist nicht aber wir müssen uns das spiel spielen werden können ich bin sicherlich auf die ausmachen oder weil es das geht ich bin ich nicht auf dann müssen wir uns das einmal langweilig ich meine es ist immer immer dasselbe verlassen das spiel aufgeben ja so lädt Punkt ist immer noch ein erster Peach können wir auch aufgeben machen wir auch dann sind wir in den K.O. Runden und dann können wir dann müssen wir dann spielen weil ich habe einfach keinen Bock ich will endlich fertig haben ist immer dasselbe ich das spiel ich bin ich bin einfach gewinnen oder mich ist aufgeben das ist eigentlich das ist ganz egal so verlassen spiel aufgeben ja so verbrauchen von Kaoru beim Finale. Wir müssen gegen Mario spielen und dann am letzten entweder Luigi oder gegen Peach also wenn es falsch spielt, ich spiele gegen Mario und Luigi gegen Peach ich muss gewinnen, sonst bin ich draußen im Finale, wenn wir im Finale sind kommen was wir auf jeden Fall machen werden spielen gegen Luigi oder gegen Peach wo sind wir? so soll ich es ok, wir sind im Finale ok, wir sind im Finale so, auf gehts beim Finale die Blosalie ist cool was war denn das jetzt? Alter! Das ist voll gut. Oh, Leute. Das ist voll gut. Vergiss das. Vergiss das! Ja, genau. Das denkst du dir so, oder? Das denkst du dir so, du Penner! Nein, 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 nein! Vergiss es! Boah! Ja, was soll ich denn da machen? Nein! 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 Ich hätte das nicht gewonnen. Der ist drin! Gut, eins zu zwei. Eins zu zwei. Wunderbar, das ist wunderbar. Das muss ich jetzt halten. Das gibt es nicht! Was macht denn der Torwart? Was macht denn mein Torwart? Was macht der für eine Scheiße? Wo steht der denn? Oh mann! Hänger, wo ist es da? Ja, das ist ein bisschen müde jetzt. Das war scheiße, das war scheiße jetzt. Jawohl, wieder drin! Ich muss mit Superschüssen arbeiten. Ich muss mit Superschüssen arbeiten. Dann schaffe ich das nicht. Wunderbar. Ja, wir wollen wieder ein Tor fahren. Wunderbar. ... Ich hab doch noch sicher ... Es klappt nicht immer, es klappt nicht immer! Nein, nein, nein nein, nein, nein und das war es zu tun ich weiß gar nicht ich habe ich habe es über was ich glaube ich habe müssen so dass du besorgt und Soda und sich also selber sein wasser was haben es ist nämlich es ist einfach billiger ich kann damit viel billiger weg von einem Grunde man sich allein macht aber dann habe ich mich sehr zu viel damit und werden benutzt man erstens ich brauche nicht eben diese Schwarzschwein 6-10 irgendwie schleppen und so und für einen Leinehalber heißt auch gleich das 7 zu 2 das ist gut jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger das ist dann was ich mir erzählen soll was kann ich denn erzählen ich habe mir da alles gesagt was ich sagen wollte keine Ahnung ich musste mir ehrlich überlegen was ich mir erzählen was ich mir erzählen was ich mir erzählen was ich mir erzählen was soll ich denn sagen Leute du bist mir allein oh ja was ich mir erzählen jetzt hab ich mir was ich mir commute die die das die der die das das der 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 Achso, der wollte ihn greifen, ist hingefallen. Achso. So sagt. Ne. Leider nicht. Diesmal nicht. Dieses Mal leider nicht. Ja. Das war keine Wahl. Nein. Ah, ja das ist mit einem Haufen, mein Herz. Das ist mit der Sabin sehr schlecht. Ja. Sie sind abgeklappt und es mit dem geht es nicht. das habe ich mir ausgesehen. Ja, da geht er hin, dieser Hurensohn. Da geht er dann hin, wenn er nicht zu nah am Tor steht. Jawohl, drin ist er und drin ist er, jawohl. Wir haben uns aber gemerkt. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist ein bisschen zu spät. Alter. Ah, shit. Ich hab' ihn heute mit. Leute, 9 zu 2. Leute, 9 zu 2. Wieder eine 9 zu 2 aufruhen, hm. so gefaulst du dir nicht mehr man muss ja die ganze eltern die eltern gesucht halten weil die Erntasse gedrückt haben, damit man hier schnell rennt. 9 zu 2 gewonnen Leute, 9 zu 2. Wunderbar. Obwohl sie ein bisschen scheiße sind, dann ist es aber gut. So. Jetzt kommt das Finale, Leute. Mal schauen, wie wir spielen müssen. Das Finale ist gegen Lünchi. Finale. Auf geht's. Wo sind wir? Borsalina. Ach klar. Das Finale gegen Lünchi. Wenn wir gewinnen, haben wir alle Pokale gespielt. Wenn ich hier verliere, dann sind wir am Arsch. Kann ich hier speichern? Oh my god! Ithne. Auf geht's. Was der Warte dagegen ist. Ich muss verhindern, dass ich den Ball bekomme. Nein, das ist nichts. Hey! Nein, wir müssen vielleicht noch mal das erste Tor schießen. So wird das nichts... Doch, rein damit, komm! Shit! Oh, wir haben eine Bombe, Leute. Wir haben eine Bombe bekommen. Scheiße! Scheiße, Leute, ich bin ein wenig, ein wenig gestartet. Ich kann viel verlieren, Leute. Wenn ich hier verlieren... Halt den Ball! Wenn ich hier verlieren, Leute, dann haben wir ein scheiß Problem. Wenn ich hier verlieren, Leute, dann haben wir ein scheiß Problem. Jetzt drin! Wunderbar! Oh, Gott sei Dank! Oh, Gott sei Dank! Halt den Ball bei mir! Ich habe kein Spiel... Ich habe ein Herz-Lock! Ja, aber ich bin schonen! Ich bin schon... Ich habe auch schonen Usagen! Ich habe auch schonen ebem... Ich habe nichts, oder? Ich habe nichts... Ich habe echt glücklich! Ihr habt alles wieder... Ich habe wirklich gar nichts, oder? Das gibt es doch nicht. Vergiss es! Hoch! Und! Nein! 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 Dieser blöde, dieser blöde Hammerbruder! Dieser verwichste Hammerbruder! Ich hasse ihn! Ja! Ja, ich liebe dich, Cooper! Jawohl, ja! Glückstreffer! Glückstreffer! Ich habe irgendwas gesucht, ich habe irgendwas gesucht. Oh ja! Wir haben zwei Tonnen Vorsprung! Aber noch sind es nicht so nett! Es ist noch so viel zu spielen! Wenn wir einen Traumpass aufs Tor machen! Wenn wir Traumpass aufs Tor schießen! Dann kriegen wir natürlich kein Temp! Ich habe mich selber ausgewechselt gesetzt! Oh ja! Vielleicht... Das war jetzt nicht gut! Ach! 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 und er hat sich wollen alle sechs Sekunden war das jetzt ja genau die machen wir einfach ein schüsse und treffen, oder? Die gehen vor und dann schütteln wir hoch und dann ist er drin oder was? Was soll denn das? Da sind solche Hurenwixer. Nein! Vergiss das! Der ist nix, der ist aber nix. Der ist aber leider nix! Gut, der ist leider nix gewesen. Jetzt habe ich eine Bombe. Jetzt habe ich eine Bombe, Leute. Und jetzt geben wir den Ball an Mario. Der macht jetzt so, bam! Hat er frei! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Der war ein Versuch wert! Der war ein Versuch wert! Das war ein Versuch wert, Leute! Nehmen wir doch einen Torvorschwung! Was war das? Geht doch! Nehmen wir doch den Ball mit! Ihr Foul, die Spieler! Und dann... Ja, toll! Jetzt sind es jetzt drei, drei Leute! Verdammter Müllausch! Scheiße, verdammter! Mann, ich will nicht verlieren! Ich will den Pokal haben! Was im Gegenteil! Das macht jetzt ein guter Spiel! Da hab ich es nicht so bekommen! Sehr gut entgeguckt! Jetzt komm vor! Ab jetzt komm! Jawohl! Ja! 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 Viel zu is! Jawohl! Viel zu is! Wundermaßen! Wir sind wieder vorne, Leute. Wir sind wieder vorne. Wir sind wieder vorne, nach einer Minute zu spielen. Nach einer verfickten Minute zu spielen. Passen. Vorhin. Passen. 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 Drin. Er ist drin. Jawoll, Leute. Das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Das sieht gut für mich aus. Das sieht gut für mich aus. Es steht 5 zu 3 und es sind noch knapp. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Aber er hat noch eine reelle Chance. Er hat noch eine reelle Chance. auf dem Weg raus. Und er hat noch eine reelle Chance. Aber er hat noch einen Reaktion. Und er hat noch einen Reaktion. Oh! Du hast noch einen Reaktion. Oh! 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 Scheißegal. Nur faul muss ich jetzt. Einfach nur noch. Einfach nur noch faul. So. 5 zu 3. 5 zu 3. Oh. 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 Ich mein Pfeife bei ihm ehdadlichen Pokalparks. Ja, da ist das so. Ja, ja, geil. Ja, jawohl. Oh, das ist ja auch eine Pokale, das Spiel ist durch. Ich weiß gar nicht, warum ich den damals gebraucht habe, in meiner Original-Konsole. Da habe ich den ein paar Mal gemacht, wo ich den ein bisschen geglaubt habe. Das heißt, das Spiel war schon ein bisschen, war ein bisschen, war schon ein bisschen heftig. Okay, Lotte. Wir haben eine Pokale. So weit sind wir jetzt schon mal fertig, sonst müssen wir noch was nachgucken. Also, ja. So. Really? Badio zieht. So. Endes Farb. So. Okay. Okay. Ist das nicht los? Ja, jetzt kommt der. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Mal sehen wir alle Poos. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh! Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe, ich muss es noch mal gucken, wieviel Fokalspiel ich noch brauche, damit ich den Routiniererpreis Gold bekomme. Den will ich noch holen, damit alles vollständig ist. Wir haben alles freigespielt, alle Powerups sind freigespaltet, alle Teams, wir finden natürlich eine Powerup. Andere Powerups habe ich ja schon alle. Das Spielbild ist dann beendet. Wir werden dann mit Wahlwend auch noch weiter machen, das läuft ja auch noch. Und ich habe jetzt noch nicht Wahlwend Spiele, weil ich einfach im Moment kein Pokerballwerk habe. Weil ich mich nicht erinnern weiß, ich bin mit der Spinne ausgestiegen. Ich war mit dem Spinnen entgegnert und dann bin ich ja beendet und wenn ich diese Spinne noch mal hin will, muss man dann den ganzen Wald rennen. Und dann ist der Wald ziemlich groß. Und diese behinderten Bäume, die da voll schwer zu besiegen sind. Ja. Also wer es gesehen hat weiß, was ich meine. Ich werde mich mal so machen, ich werde den Wald offline spielen. Und bei der Spinne werde ich dann erst die Aufnahme anfangen. Ich habe jetzt dann noch, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt die nächste Zeit das Mario Party beende. Und Räume beende. Damit das schon mal fertig ist. Und dann kann ich mich konzentrieren auf Violent und auch noch auf andere Projekte wie Mario Party 3. Ja, ich werde alle Mario Party Teile spielen. Das 3 habe ich ja schon mal durchgespielt. Da weiß ich, was ich tun muss. Mario Party 4, 5, 6, 7 hat es für den Gamecube gegeben. Ich habe mir aber nie eins gekauft. Für den Gamecube. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir für den Gamecube meine Vater geholt und wünsche ich meinen Vater, dass ich ganz gut mag. Aber ich habe mir das geholt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Was ich heute spielen werde wahrscheinlich ist Extreme G. Extreme G habe ich mal angespielt. Ich habe den ersten geschafft. Das war dieses Spiel mit diesem Motorrennen. Das ist mit dem Motorrad oder Pferd rennen und kann dann abschießen. Ja. Da habe ich weiter spiele mir das. Weil es für dich wahr ist, das einzige Display, was es gibt, ist von mir. Da gibt es kein anderes Play von Ihnen. Einen anderen. Das ist für die, wo ich gespielt habe. Ich weiß es nicht gerade machen. Ich weiß noch nicht. So. Ich möchte nur Trophäen gucken. Bei uns schafften. Ja. Ja. Das war lustig. Das war ja sehr gut. und ich bin die die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin der Und dann müssen wir sagen, wie immer, das Video teilen, das Video kommentieren, teilen auf Facebook, Twitter von Instagram und Netzwerken und natürlich mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.